Beide Teams kommen unverändert aus der Kabine. Braunschweig stört wie zu Beginn des Spiels sehr früh und energisch. Dams, wohin damit? Ter Stegen ist noch frei. Ter Stegen, ja was ist denn hier los? 1 zu 1. Erst Davari, jetzt Ter Stegen. Beide Torhüter sorgen an diesem Nachmittag für Kapriolen. So, und wenn sie jetzt sagen, das kommt mir bekannt vor, ja, Ter Stegen hat sich im letzten Jahr im Länderspiel gegen die USA ein nahezu identisches Ding eingefangen. Unglaublich. Nach 52 Minuten und diesem Aussetzer von Ter Stegen ist alles wieder offen. Und Thorsten Lieberknecht? Braunschweigs Trainer kann kaum glauben, was er da sieht. Und so richtig freuen mag er sich irgendwie auch nicht.